liebe leute wir ganz froh sein es wird ja eine lehre seien es wird der lehrerin eine lehre seien anouk hausaufgaben aufzugeben anouk ist richtig sauer anouk hat neue surfbrett bekommen man hat ein surfbrett bekommen das hier voll der retro schick für sich cool und wurde schon einige weit die tasche anouk hat eine neue schultasche bekommen hd da und außerdem hat anouk jetzt hier aus aufgaben zu machen die da und wir haben natürlich auch skadi nicht vergessen hat auch ein surfbrett bekommen dass hier das kleine hier dann können sie alle schön wenn es warm wird wir waren aber schon einmal können sie aber wenn es warm wird richtig schön gleichgewicht üben anzüge haben sie auch alle die liegen da die da und ja nur kann schon gut drauf stehen auf dem brett und wird demnächst festigen ihre technik und dann kommt der zegel drauf vielleicht mal und dann gucken wir mal sofern auch die schwimmen übungen stimmen sozusagen und sie nicht sofort untergeht aber sie hat immer ein brett dabei also insofern ja also wie gesagt sobald wärmer wird gehen wir mal an den strand wo man lange lange rein laufen muss da haben wir so ein surfverstand der ist recht flach und sehr sehr weit da kann man sehr weit laufen und hat so immer noch so eine tiefe wo man nicht untergeht aber man kann eben schön üben mit dem brett so für anfänger ideal und da werden wir mal hinfahren und wenn wir mal ein bisschen trainieren bald sind auch sommerferien und bald wird es auch sommer nehme ich an das muss ja irgendwann mal aufhören hier mit dem regenwetter ja und demnächst werde ich wohl wieder ein paar videos machen sowieso vorstellungsvideos habe ich überlegt weil in der zeit in der ich euch jetzt nicht zeigen kann das war ja auch ganz schön öl für mich muss ich sagen ich habe ordentlich zugenommen hier sechs kilo auf dem panzer wieder drauf na ja also über diese ganze zeit muss man dazu sagen und das muss alles wieder runter wieder weg machen kriegen wir hin wieder mal zeit wieder mal zeit meine frau behängt mich heute nicht hier noch nicht erst heute ja dann machen wir für die seite tja wir haben eine enge küche eigentlich nicht doch für sechs mann ist die zu eng aber papa wenn eine schmutz so drüber ist haben wir keinen platz mehr für die wäsche ja genau so jetzt mache ich dir noch mal ein brötchen ja aber wieder so festlich sagst du ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das. Das ist ja immer das gleiche. Das kann ja auch nur nicht. Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe. 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 Ja, wir machen Kartoffelsuppe mit Würzchen und Speck. Was ist das? Aber ich habe den Würzchen mit einem Butter gemacht. Es ist schön knuspes. Und die Skadi ist immer sehr enttäuscht davon. Denn auf einmal sind alle Würste weg. Schau. Papa. Wenn ich nach oben komme. Müsli. Ich weiß nicht. Schau. 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 例行. Schau. 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 4 Minuten schon rum, wenn man richtig taucht, außer die Wurst hier nicht schnitten. Papa! Weck haben wir diesmal fertig, hier würfelt schon, halt beklebt. Oh, klein! Papa ist der Kleine geworden. Und die liebe Sonne ist halt Marmela. Halt halt Marmela. Bitte schön! Den Weinmusikern haben wir noch die kleine Scali versorgen. Halt verbrecht, einstellen, schnittusen, Schinger und Schwerf das nicht, Sie sind seit dem im Schwerf auf den Schwerf. Und jetzt kann ich meinen, wie immer. Du bist so schön! Die der Schwerf der Schwerf ist es klappt, und du dann bald, dass ich meine Schwerf da leine hüter und befinnen kann. Dann ist der Schwerf der Schwerf als Mandel. Es ist ja so schön, dass er halt nicht gut ist. Es ist ein bisschen guter Neukauer. Das war's für heute. Ich habe euch das Gefühl, dass ich jetzt noch ein paar Sachen mache. wir müssen ja noch einen check machen da kommt er jetzt auch mit, das kocht hier genau, du nimmst ja den zettel, äh, das ding mit, das buch und so und dann gucken wir mal, dann gehen wir das nochmal durch zusammen unten, während wir einen check machen, so sieht's aus ok, ich zieh mir mal für richtige jeans an ich zieh mir auch was an, zieh dir was an für den Hals, damit es nicht so zugig wird die an, die ist an, ja, die ist an einmal Anouk helfen, jetzt noch, und dann Fahrradreparatur, so, wie kriegen wir das denn hin, mit einmal, wie kriegen wir das überein du bist ein guter Vater oh, danke, was du liebgesagt ich bin ein guter Vater ja, das bin ich ha, 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 ha eingebildet ist auch noch ja, auch das bin ich ha, ha, ha ha, ha, ha so meine guten Specklaufräder toll für mein GT Fury irgendwann mal in naher Zukunft die guten Höhen Sonnen hier, da, ab in die Ecke die haben wir gekämpft ja, ich bin da achso auf dem Luxus sitzt so, zuerst mal, hier habe ich so ein Rad so ein Totale schön runtergerocktet katastrophal runtergerocktet Rad also man sollte neue Griffe spendieren 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 Epochen-Check nun so, die Enebremse arbeitet nicht können wir schon mal, können wir schon mal festhalten das ist mein Lieblingsbild also eigentlich also eigentlich eieiei also Zug muss auch noch mal machen oh mein Gott, ich bin doppelt ich finde, dass ich auch alles machen Torpedorad, Check, Zug neu machen und, ja, buch und Heimat und Welt dann hören wir jetzt über die Steinzeit simultan Mann, habe ich das oft doppelt schon zum dritten Mal was soll ich dich denn fahren, zum Beispiel also, wie, äh, gibt es da Fragen stellen? was für Werkzeuge da ist ah ja, das stimmt, klar, okay, alles klar äh da muss ich mir selber jetzt erarbeiten erstmal hier das ist auch da ja, okay ja, wenn du den Ordner jetzt hier zu helfen hast, ist das ja nicht sehr hilfreich ich weiß, ich guck mir grad nur was an keine Ahnung was ich hab kein Ziel also also was war denn überhaupt die Steinzeit? die Altsteinzeit 19.000 Jahre vor Christus also die Altsteinzeit ging von 2,4 Millionen Jahre vor Christus 2,4 Millionen ähm bis zu also laut Zeitstrahl jetzt hier äh, bis zu 10.000 Jahren ja, okay vor Christus also von 2,4 Millionen Jahren bis 10.000 Jahre und die Jungsteinzeit von wann war die denn? von 10.000 Jahre vor Christus bis wie lange? ähm ungefähr weiß nicht wann fängt die Metallzeit an? neun zwei ist das immer das noch Christus? okay okay, okay äh laut deinem Zeitstrahl hier den du dir wahrscheinlich doch erstmal hättest angucken sollen hatte ich äh ja aber nicht nur die Bilder, sondern auch die Schriftzeichen die da drauf sind die höhere Lügen die Höhenmahnerei die sich darauf befindet äh geht die bis 3.000 Jahre vor Christus 3.000 Jahre vor Christus irgendwie so moin moin ja bitte ich hab mal ne Frage und zwar wo mir Teil von meinem Fahrradventil abgibt ja ja ich hab mal ne Frage und zwar wo mir Teil von meinem Fahrradventil abgibt ja so 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 das ist natürlich schwierig ach diese Zeit das ist ja gewundert so wie funktioniert wie die da aussieht hier oh ne aber wer macht das gleich kann so ich würd mal vorschlagen um das mit der Steinzeit hier hinzukriegen bei dir äh solltest du unbedingt nochmal dir das angucken lese mir das doch einfach mal vor und hier steht alles ja du lest mir vor das schmeißt du mal weg jetzt guck mal wie richtig die mit deinen Pfoten sind so lese mir vor und guck dir das an und begreif das auch was sind solche vorlesen alles sprühen der Vergangenheit die Menschen der Vorgeschichte haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen trotzdem wissen wir viel über ihr Leben dieses Wissen verdanken wir Müllmalereien und genau Herrn Wald sagt uns das die konnten nicht schreiben und die konnten nicht lesen aber sie konnten schon malen und haben sich so auch mitgeteilt mit Höhlenmalerei genau merkt ihr das sind die Sachen die du aus so einem Text dann entnehmen musst als Informationen das ist wichtig die tief im Boden erhalten blieben noch heute findet man bei Grabungen bei Grabungen bisher verbogene Spuren verbogene Spuren verbogene Spuren verbogene Spuren dieser Menschen Knochen, Waffen, Werkzeuge, Schmuck und Tierfiguren ein Punkt ein Abschnitt der Vorgeschichte heißt Steinzeit weil bei Grabungen hauptsächlich Steingeräte gefunden wurden der älteste Abschnitt der ist Altsteinzeit warte Mensch ist er hier betrieben? Ja Komplett ich will Geräusche auskleben ja was so 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 jetzt mein Herz kurz hier zack erst mal bitte so dann müssen wir weiter ich hab gerade eine Notzei fertig Ich hab noch gehört ich hab noch gehört du musst einfach mal l abajo wirklich? jaakely Füllmalerei Wichtige Zeugnisse der Steinzeit sind Füllmalereien die zeigen kunstvoll gemalte Tiere und kunstvoll ja gem plante Tiere Menschen auf der Jagd. Forscher vermuten, dass sie Teile eines Jagd-Zauberes waren. Manche meinen, die Menschen malten ihr Alltagsleben, wie zum Beispiel den Erfolg bei der Jagd. Das ist ja auch wichtig, wenn er so gerade geschossen hat, dann wollten die das ja quasi wie eine Zeitung gewesen für die. Da mussten sie das festhalten. Und am Anfang waren die auch sehr einfach gemacht, diese Zwilligwahlerei. Ein paar Striche, ich habe sowas sogar im Heftdach. Genau. Weil die waren mit sehr einfachen Sachen. Bis hin zum perfekten Bild war das auch ein langer Weg. Ich habe hier noch was mit Starthilfe. Soll ich das auch wollen? Ja, ja. Tiere der Steinzeit sind zum Beispiel Wolf, Höhlenbeer, Wollnashorn, Selbezahntiger, über den habe ich was geschrieben. Selbezahntiger, Mammut, suche Bilder als Vorlage im Internet. Achso, damit du weißt, wie es aussieht. Na, Wolf, wissen wir ja nun, wie er aussieht, ne? Ja, ich weiß auch, wie, ähm, Selbezahntiger sind. Wollnashorn, naja. Doch, kann ich. Nicht persönlich, aber... Sind richtig fünf Meter groß. Ja, so kommt man ja auch nicht zum Arbeiten, ne? Haha, mit mir auch nicht. Ich darf nur manche Sätze vorlesen und gucken. Herr Wille? Darf ich reinkommen? Eigentlich nicht. Nee, aber das ist schon irgendwo. Soll ich Sätze vorlesen? Okay. Neue Eis, ne, wie die modernen heute noch aussehen. Kannst du mal sehen? Leben mit dem Eis. Das Klima in Europa ändert sich mehrmals. Zwischen 600.000 vor Christus. 600 Jahre, 600.000 Jahre vor Christus. bis auf 4, 40, minus 40 Grad Celsius. Viele Tiere wanderten ab oder starben. Wanderten ab oder sterben. Starben. Aus. Und Menschen können überleben. Sie passten ihre Lebensweise und ihre Kleidung, Kleidung der Wärme oder Kälte an. Sie malen auch da ein Bild. Also nicht das Bild da, was da abgebildet ist, das haben sie nicht gemacht, sondern das, wie das Mangel und sowas. Nee, das ist ein Nasch. Nein, was ist das? Ein Ochse. Und eine Ziege. Und... Ja, eine Ziege. Genau. Ihr rettet irgendwie in gewisser Weise, bevor wir wegwerfen. Ja. Darf ich weiter vorlesen? Ja, sicher. Ich bitte darum. Oh Gott. Jetzt gehe ich auf Seite 43. Seite 43. Leben mit dem Eis. Seite 43. Leben mit dem Eis. Das Klima in Europa ändert sich mehrfach. Oh. Punkt. Genau. Zwischen? Zwischen 600.000 Jahre vor Christus. Und? Und heute gab es abwechselnd... Also zwischen 600.000 Jahre vor Christus und heute gab es abwechselnd... Eiszeiten und Warmzeiten. Ja. Während der Eiszeiten lag eine bis zu 3.000 Meter dicke Eisdecke. 3 Kilometer dicke Eisdecke? Meine Güte. Nein, 3.000 Meter. Also 3 Kilometer dicke Eisdecke. Ach so. Ich habe es kurz mal umgesetzt. Verzeih mir. Ich habe mich abgewundet. Dicke Eisdecke. Über Teil... Über Teil... Über Teil... Bei uns... Überleg mal. 3 Kilometer. Tick. Es ist nicht mehr so hoch in unser Haus. Letztlich sind das die Ozeane dann geworden, ne? Ja. Am Ende werden sie geschmolzen. Die sind geschmolzen, müssen ja irgendwo hin. Und deswegen haben wir so viel Ozean. So viel mehr. Ostsee, Nordsee, Pazifik, Atlantik. Und deswegen ist Atlantis runter. Ja, genau. Wenn der schon einschlägt. Einige ist nur Rekan ausgebrochen. Im Sommer wurde... Es ist richtig schlimm im Sommer. Das arme Sommerchen. Im Sommer wurde es häufig nicht wärmer als... Plus 10 Grad Celsius. Bei uns ist es 36 Grad. Ja, aber durch diese dicke Eisschicht... Plus 10 Grad. Wahnsinn. Ja. Komma. Im Winter pielen die Temperaturen bis auf minus 40 Grad Celsius. Viele Tiere wanderten ab oder starben aus. Die Menschen konnten überleben. Sie passen... Wanderten wohin? Ab? Was heißt denn das? Wanderten ab? Wie wanderten ab? Keine Ahnung. Was steht da? Wanderten ab? Ja. Wanderten ab. Achso, aus Europa wanderten sie raus. Ja. Oder starben. Okay. Oder starben ab. Die Menschen konnten überleben. Sie passten ihre Lebensweise und ihre Kleidung der Wärme oder Kälte an. Verrückt. Verrückt. Der Mensch war schon immer sehr anpassungsfähig. Hier ist noch Merke. Ja. Merkekästen. Merke. Der Name Steinzeit kommt daher, dass aus dieser Zeit vor allem Geräte aus Steinen gefunden wurden. Also Werkzeuge. Ja. Der älteste Abschnitt der Steinzeit ist die Altsteinzeit. Grundbegriff. Das steht auch bei mir. Grundbegriff. Die Höhlenmalerei. Die Steinzeit. Die Altsteinzeit. Die Eiszeit. Die Warmzeit. Genau. Das sind alle Sachen, die da hermerken was. Jetzt kommt die Altsteinzeit. Aber warum? Achso. Es gibt einmal Altsteinzeit, dann gibt es Steinzeit und dann gibt es Jungsteinzeit. Nein, nein. Die Steinzeit bezeichnet alles. Das ist der Oberbegriff. Und die Steinzeit wird unterschieden in Altsteinzeit und Jungsteinzeit. Okay. Und dann hat es Mittelalter und sowas. Danach gibt es die Metallzeit, steht ja da auf dem Zeilen schreibt. Und dann kamen wir noch Bronze, also Bronzezeit, sprich und sowas alles. Und dann Mittelalter. Mittelalter ist ja... Da sind wir noch entfernt. Lalalalala. Lalalala. Beratzeih. 300 Jahre später. Okay. Hier. Menschen in der Altsteinzeit. In der Altsteinzeit lebten die Menschen in Gruppen. Klammern geschrieben. Sogenannte Horden. Wille Horden. Klammer zu. Von 20 bis 50 Personen. Von 20 bis 50 Personen. Wille Horden von 20 bis 50 Personen. Ja. Diese waren als Jäger und Sammler ständig auf Nahrungssuche. Sie jagten mit Pflanzen. Was ist das? Pflanzen sind lange... Länger als Sperer. Länger als Sperer. Länger als Sperer. Hecht wohl. Holzsperren. Speren. Hab ich nicht Speren. Äh, Speren. Wurf. Holz. Wurf. Wurf. Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich keulen sie sich schwung haben. Äh. Wurf. Hülsern kenn ich nicht. Ich hab heute Minions geguckt zum komischen Film über Stallzeit und sowas. Na ja. Minions ist jetzt gegen Bildungsprogramm. Bildung. Einfach so ne. Hau klar mal mir an. Neben Fleisch ernährten die sich von Pflanzen. Wenn die Männer ein Rehntier erlegt hatten, rastete die Horde, um sich zu erholen. Die Frauen und Kinder sammelten Wurzeln, Pilze, Haselnüsse, Kräuter, Grombeeren, Blaubeeren und Himbeeren. Also den ganzen Salat zum Essen. Ja, ruhig gesammelt. Vegetarische. Vogeleier und Insekten. Ach, also noch nicht vegetarisch, auch ein bisschen Protein war dabei. Die Menschen aßen Salate aus Renisseln und Löwenzahn und kochten wilde Möhren. Sie haben Honig von wilden Bienen gesammelt. Sie mussten jeden Tag Nahrung und Wasser finden. Natürlich, weil diese Haltung gab es ja noch gar nicht in der Art Bienenzucht oder sowas. Aber da gab es ja auch noch reichlich Natur. Ja, da war die Natur noch ein bisschen besser aufgestellt zu der Zeit. Ohne Industrialisierung. Ja, weiter. Die Nutzung des Feuers. Die Menschen kannten das Feuer von den Bränden, die durch Blitzschläge entstanden. Mit der Zeit lernten sie, dieses Feuer zu nutzen. Sie wärmten sich daran und nutzten es als Lichtwelle in der Nacht und Höhlen. Sie kochten da mit um verscheuchten, wilden Tiere. Anfangs um verscheuchten, wilden Tiere. Und mit dem Feuer ist ein ganz wichtiger Schritt. Nicht am Gras. Das ist ein ganz wichtiger Schritt mit dem Feuer. Dass sie den entdeckt haben, beziehungsweise immer, wenn irgendwo was gebrannt hat, weil Blitz eingeschlagen ist und eine Gruppe hatte kein Feuer. Ja, sozusagen, die haben sich das von diesen Bränden geholt. Und haben das denn nicht ausgemacht wieder, so wie wir heutzutage machen den Herd an und machen ihn wieder aus. Das Feuer sprangte bei denen ständig und war ein Heiligtum. Es musste permanent gefüttert werden. Wie denn? Ach so mit Holz. Sozusagen. Wie denn? Frisst ja auch, sozusagen. Hallo? Wie denn? Immer wieder musste neues Material zugepackt werden. Und deswegen, Feuer hat für die eine ganz große Bedeutung, weil es schützt. Es wärmt ja auch. Es schützt vor guten Tieren. Also es hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung gehabt. Sie konnten damit erst kochen. Anfangs hüteten die Menschen das Feuer sorgsam. Siehst du? Das meine ich. Es durfte nicht aus Licht ausgehen. Jetzt habe ich vorgegriffen. Naja, ist es schon. So. Sie nahmen die Glutausstieb an der Brunnen mit. Dazu benutzten sie Beutel aus Fellen, die mit Lehm ausgekleidet waren. Später lernten sie ein Feuer selbst zu entzünden. Genau. Sie schlugen Feuersteine. Das kenne ich auch. Sie schlugen zwei Feuersteine aufeinander oder rieben zwei Holzstöcke aneinander. So konnten die trockene Zweige und Blätter in Brand setzen. Hier ist noch was im Geld. Wenn die Jäber ein Tier erlebt hatten, gab es viel Fleisch zu essen. Sie haben das Fleisch auf heißen Steinen gebraten oder in eine Suppe gekocht. Das restliche Fleisch wurde geräuchert, getrocknet oder im Winter einfach eingefroren. So blieb es haltbar. Die sind ganz schön klug. Das haben die damals einfach ausgefunden, sozusagen. Natürlich ist das ein Prozess, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende erst in Gang gebracht werden musste. So, also der funktioniert gut. Okay, und jetzt hier. Ich lese mal das Märchenkästchen, also was der hier auch ist. Die Menschen der Altsteinzeit nutzten Äste und Steine bezielt für bestimmte Zwecke. Das Allzweckgerät war der Faustkeil. Er bestand aus verhauernden Feuerstein und hatte scharfe Kanten. Er sah aus wie eine Mandel. Von der Form her, dass er gut in der Hand liegt. Ist es das hier? Das aussieht wie eine Mandel. Was ist das? Genau. Sieht vorerst wie eine Kartoffel zuerst. Und so wurde er hergestellt, verhauen. Das ist ein Kartoffel. Nein, das ist ein anderer Stein. Achso, und der wird dann beschlagen, bis er so aussieht. Wow. Man kann ihn ja mit einem anderen Stein schlagen und dann fällt genau da was ab, wo man schlägt. Und das waren sozusagen, wenn du so willst, die Leute, die sowas gemacht haben, einen rohen Stein genommen haben und das dann so aussah, das waren die ersten Werkzeugmacher. So wurden auch Pfeilspitzen hergestellt und für Speere, Spitzen oder für Beile, Äxte, die ersten oder Faustkeile halt, Fäustlinge. Was heißt das? Das steht da daneben. Da ist ein A dran. Wo steht A? Das sind meist Knochen gewesen. Das war aus Stein und das sind Knochen. Das kenne ich nicht, aber das ist ein A dran. Das war wahrscheinlich vom Sägefisch, ne? Sägefisch-Kenten. Verschub ihn ab. Ein Sägefisch? Das ist das vorne, der hat doch dieses Ding hier vorne. Achso. Guck mal. Das ist ja da stehen. Das ist ja da. Okay. Okay. Das war ich. Man konnte... Okay. Ich kannte. Er sah aus wie eine Mandel und war etwa 8 bis 10 cm groß. Und man konnte damit schneiden, schaden, backen, äh hacken, hacken, stechen, klopfen und vieles mehr. Aber auch einen Gegner im Kampf verletzen oder sogar töten. Dankeschön. Ja, ja. Darum ging es natürlich auch. Es war natürlich viel Konkurrenz. Zum Beispiel, einer hatte Feuer, eine Muppe, eine andere hatte kein Feuer. Und da gab es dann natürlich auch schon Streitigkeiten. Es gab Neid, wie immer. Wie es heute auch Neid gibt. Gegen jedem Popel hat es die Leute heute neidisch. Damals waren so neidisch, weil der eine Feuer hatte, der andere nicht. Und dann war der eine in der schönen Höhle saßen, die anderen nicht. Und wenn die dann da vorbeikommen wollten und auch Unterschlupf gesucht haben, dann haben die sich halt bekriegt und bekämpft. Sozusagen. Auch untereinander schon. Das gab es auch damals schon. Natürlich damals viel seltener, weil ich habe es ja viel weniger, viel weniger Menschen auf der Welt. Das war ja... Es ist ja nicht so, dass die sich auf der... Draußen gegangen sind auf der Höhle und dann kam der Nachbar da vorbei. So war das ja nicht. Okay. Mit der Zeit entwickelten die Menschen weitere Geräte und Waffen aus Steinen. Knochen. Steinen, Knochen, Holz. Und Geweihen. Und Geweihen. Zum Beispiel Sperre, Harkune, Scharbeer, Kratzer, Nähnadel. Hab ich schon gesagt? Ja. Die Menschen der Altsteinzeit waren ausgezeichnete Handwerkerinnen und Handwerker. Durch Funde haben sie die Forscher... Ja, bitte? Durch Funde... Hi. Die Funde haben die Forscher herausgefunden, dass die Menschen erlebte Tiere mit Schafen und Schafen und Vollstand zerlegten. Ja, wahrscheinlich haben sie Wunden gefunden in den Knochen und so ist... Die Merkel... Äh, Merkel. Merkel! Ein Merkel-Satz. Ja. Schon wieder. Eigentlich ist das auf jeder Seite. Merkel. Die Menschen der Altsteinzeit lebten als Sammler und Jäger. Der Altzweck, das Altzweck geregt, war der Faustkeil. Grundbegriffe. Der Jäger und Sammler. Der Faustkeil. Genau. Die Merksätze sind sehr wichtig. Die und die und die Steinzeit, die sollen nur über die Altsteinzeit haben. So was die so alles erfunden haben und so rausgekriegt. Okay, also wie hat man überhaupt... Ah, hier gibt's noch was. M1, Knochengrube der Altsteinzeit. Klammer geschrieben, heutige Darstellung. Klammer zu. Die Menschen kleideten die Grube mit Leder aus und füllten sie mit Wasser. Sie erhitzten die Steine mit Feuer und legten sie in das Wasser. Dadurch kam das Wasser zum Kochen und die Menschen konnten eine Suppe kochen. Wie wir gerade. Genau. Wir kochen ohne Suppe. Okay. Fertig. Aber ich wusste nicht, dass das jetzt so schlecht ist, das gerade im Zustand. Also wirklich, das ist echt miserabel hier. Das musst du dem sagen. Ja. was soll ich dir denn jetzt, was soll ich dich denn jetzt da fragen? Ich muss noch gucken. Wo kriegst du? Eissteinzeit war vor 700.000 Jahren. Ah nee, das war die Steinarbeitung. Steinbearbeitung. Eiszeit war vor 500.000 Jahren. 300.000 Jahren war auch die Eiszeit oder Raumzeit? Nein, da steht nur Eiszeit. 100.000 Jahren waren die Jetztmenschen. Jetzt? So sehen wir aus? Na ja. Sie heißen nicht so. Vergleichbar mit uns. Vor 10.000 Jahren oder was? 100.000 Jahren und 10.000 Jahren. Also hier, da steht beides. Der Jetztmenschen entwickelt sich zwischen 100.000 Jahren vor Christus bis 10.000 Jahren. Oh, das ist 8.000 Jahre vor Christus. Derweiligpunkt in diesem Jahr da. Jungsteinzeit. Ackerbau vor 8.000 Jahren. Siedlungen vor 6.000 Jahren. Siedlungen vor 6.000 Jahren. Siedlungen vor 6.000 Jahren bis 4.000 Jahren. Oh nein. Das ist ganz schön gefährlich. Das ist Katastrophie, das Ding. Metallzeit. Metallbearbeitung. Oh, ist das schlimm. Vor 2.000 Jahren vor Christus. Wow, du hast Metall in das. Das ist das. Ja, und das wäre halt nicht möglich gewesen. Da hätte nicht mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur. Wie soll das, der dass sind das da drinnen? Die siehst du doch noch. Der Frust-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Wr-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur… Das istbackJa…. Das ist eigentlich .. Über deine Vorfahren. Soll ich dir meine Vorfahren? Na, also offen. Willst du mich noch? Willst du mich überhaupt? Weißt du noch? Früher, mein Sohn. Nee. Ich kenn dich nicht. Ich meine, du bist so. Oh, stell dir mal vor, du willst so lange leben. Um Gottes Willen. Dass du noch nicht mitgemacht hättest schon. Krieg. 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 Eigentlich geht es immer um Krieg. Unverdämmung. Krieg. Nichts Heilzeit. Irgendwas kann. Irgendwie weiter. Ähm, du konntest mich abgaben. Ja, aber was möchte ich dich fragen? Nein, was ist für ein Stahl? Was ist für das für Werkzeuge gab? Erzähl mal, was für Werkzeuge gab. Ich mache gut so. Es gab den Faustpeil. Okay. Es gab die Faustpeil. Das war das wichtigste Werkzeug. Damit konnte man nämlich fast alles wegnehmen. Oh. Es gab die MWM-Auffeil. Beil. Gezaubt. Hm. Konnten Sie schon reden? Ja, der war ein Nagel aus Knochen. Der hatte ein... Und Speer, was verschwann die? Auch so voll. Die Spitzen und der Unterholz, ne? Ja. Also haben sie ihr Werkzeug aus... Holz, Stein, Knochen und Geweih. Ja, und Schnüre, damit sie das Festschnüren nehmen. Und Geweih. Na ja, Schnüre haben sie dann aus Pflanzenfasern und so. Das steht ja da. Er hat es ja nicht drin, aber das ist natürlich auch so. Ja, und dann hatten sie auch noch ein Angelhaken und Fischkratzer oder irgendwie so. Schauber. Und konnten die, äh, wir haben die, äh, welchen Stein haben sie bevorzugt benutzt? Wofür denn? Also Steine eigentlich, Feuersteine. Feuersteine, genau. Was konnte man mit Feuersteinen nämlich auch machen? Feuer. Genau. Indem man sie aufeinander geschlagen hat, ne? Ja. Und man konnte auch mit, ähm, zwei Holzstücken so... Zwei Holzstücken übereinander, ja. Okay. So, was gibt's noch? Die Zeit war vor zwei Millionen vierhunderttausend Jahren. Vor Christen. Was gibt's noch? Ah ja, die Frauen und die Kinder haben immer Pilze, Haselnüsse, Brombeeren, Blaubeeren, also alles mögliche gesammelt, was es gab, halt zu essen. Und die Männer haben gejagt. Genau. Wir haben auch bekommen, dass es soweit gab, der Menschen. Wie wurde denn das entdeckt? Achso, sie haben Fundsachen gefunden. Also sie haben Steinwerkzeuge gefunden. Daher hat daher der Name die Steinzeit, und sie haben als Müllmalerei gezeichnet. Ganz wichtig, ja noch. Womit sie herausgefunden haben, dass sie das Leben gab. Ja, weil ich meine, die konnten nämlich nicht schreiben und nicht lesen und eigentlich auch noch nicht richtig sprechen miteinander. Also nicht in unseren Sprachen, also nicht in unserer, in unseren Sprachen, jetzt bekannten Sprachen. Ständig werden sie sich schon haben, aber denkt auf ihre eigene Weise. So. Weiter. Was gibt's noch zu erzählen? Sie sind, ähm, sie sind immer weiter gewandert. Sie blieben nicht alleine. Ja, warum nicht? Weil sie, ähm... Keine festen Behäuserungen hatten. Ja, sie konnten halt... Sondern, wo haben sie gelebt? In Höhlen. Ja. Zum Beispiel. Wenn die Männer mal ein Geld hier erlernen haben, dann hatten sie viel Fleisch. Ja. Und dann konnten sie sich ausruhen. Dann war mal kurz Ruhe. Ja. Und im Rudel, sie waren ja, äh, sie waren ja in Horden. In Horden, genau. Ich gucke, wie das sind Wörfe. Genau. Ja, ähm, sie waren in Horden, bis zu 50 oder 20 Personen waren drin. 20 bis 50. Äh, ja, 20 bis 40. Ja, so was macht man hier eigentlich nicht, was ich jetzt gemacht habe. Wie seht ihr, ob ihr das jetzt hier sehen habt hier. Ich hab das jetzt hier kompliziert auseinandergenommen, abgeschliffen und dann jetzt wieder Gangbeid macht, ja? Und das ist gut. Das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Arbeite halt. Weil, das viel zu viel Zeit kostet, also das ist irgendwie, hat mit Effektivität nichts zu tun, sozusagen. Aber es hat was mit Material sparen zu tun, weil es funktioniert wieder einfach frei. Man hat jetzt auch neu anbauen können, was die andere Laden wahrscheinlich gemacht hat. Wenn der Blitz irgendwo in den Baum eigentlich schlägt, dann kommt das auch zu Bränden. Ja. Und, ähm, ja, für sie war es heilig und es durfte nichts ausgehen. Hallo. Sie konnte nämlich dafür, da, sie konnte nämlich mit dem Feuer kochen, einzeln. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Du hast wieder ab? Nee, eigentlich nicht. Mach nur ein oder so. Ah. Aber was hast du? Ja. Okay. Ja. Das war Wahnsinn. Also, wie die das gemacht haben, dass sie das überlebt haben. Das sind wir jetzt. Wie sind ihre Vorfahren? Wir sind ihren. Das sind unsere Vorfahren, ja. Ja, weil sie früher gekommen sind und davor waren sie da. Genau. Das ist doch vor. Und wir sind dann nachgekommen. Genau. Wir sind nach. Eigentlich nach der Teilzeit. Vor und nach. Vor und nach. Vor und nach. Das kommt alles daher. Vor und nach. Gut, Präsident. Ja, was willst du mir denn noch erzählen? Erzähl mir doch mal. Erzähl mir doch mal. Ah, mit dem, sie haben halt auch so eine, ähm, fetten Äste genommen und das Feuer sich mitgenommen, als das Nachbar und sie, ähm, gelaufen sind halt. Als sie weitergezogen sind. Würdest du mir sagen, sie hatten Fackeln? Ja, Fackeln. Ah. Da sind sie weitergezogen mit denen. Und das Feuer konnte es auch von Tieren, ähm, sie konnten auch von wilden Tieren beschützen. Sie haben damit wilde Tiere verscheucht. Ja, so. Genau. Ja, das Feuer, das war natürlich gut, weil wilde Tiere haben ja, also Tiere haben ja Angst vor Feuer. Ja, das sollten Menschen eigentlich auch haben, aber die Menschen haben es halt geschafft, das Feuer zu bändigen, ne? Also, weil Feuer ist ja eigentlich zerstört ja auch, kann auch Menschen töten. Ja. Ja, aber wenn du es schaffst, das Feuer zu bändigen, sprich, du hast es in wie einer Schale oder in einem, was haben sie gesagt? Eine, wie eine, wie eine, eine, eine Schale, die sie mit Lehm ausgeschlagen haben. Achso, ja. Da konnten sie es dann transportieren. Hier. Dann ist es ja quasi gebändigt. Ja, und sie haben sich bloß mit Feuer schlagen, sowas kann nicht sein. Genau. Dann haben sie es ja gebändigt und dann können sie es ja benutzen und hin und her tragen. Das kann man ja mit einem Waldbrand nicht. Ein Waldbrand macht alles kaputt. Hier! Hier! Oder wenn ein Haus abbrennt, dann ist das Haus kaputt. Das kannst du nicht mehr bändigen. Aber wenn du da gut drin bist und die Tiere können das nicht, das hat der Mensch geschafft. Tja, Respekt. Ja, und sie machten sich Salate aus den Früchten und so. Aus den Früchten? Das war alles? Ja, und sie haben auch Insekten gesammelt. Ja, okay. Insekten und Löwenzahn. Also, Vogeleier und Insekten haben sie auch gesammelt. Dann Löwenzahn, Brennnesseln, haben sie für den Salat benutzt. Ja. Ich hab mal eine... Nicht Löwenzahn, sondern... Ich weiß nicht, wie sie heißt. So eine weiße Blume gegessen. Pürkentäschel. Nein. Holunderblüte. Nein, in der Mitte war sie gelb. Löwenzahn war ja... Kamille. Kamille... Keine Ahnung. Äh... Sonn... Ne... Ich weiß... Jetzt haben wir hier... Das gemacht... Das Licht gemacht. Weißt du noch, was du mich fragen könntest? Ne, da gibt's ja nicht. War ja nur ein recht kurzer Abschnitt, ehrlich gesagt. Also damit die Schnellzeit abgehandelt. Was müssen wir sein? Drei eigentlich. Warte, ich gucke noch, ob es vielleicht noch was gibt. Die Müllmalerei geht. Also sozusagen, wie man darauf kommt. Wir haben das mit Feuer, also ihre Jagdtechnik sozusagen haben wir. Ah ja, es gab auch Warmzeiten und Eiszeiten. Ja. Und sie haben es kleidungstechnisch. Ja, in der Eiszeit haben sie auch Ländesachen getragen, also so warme, die sie warm halten. Sie haben sich ihrer Umgebungstemperatur angepasst, ne? Ja, angepasst. Und bei Warmzeiten haben sie genau das Gleiche getragen. Also krass, wenn wir früher. Also so wie in diesem Bild, wie heißt das, sieht die Sonne aus. Das haben wir in der letzten Gebetschule gemacht. Und hier, Landwirtschaft in der Jungsteinzeit, Landwirtschaft in dem Mittelalter, Landwirtschaft in den 19. Jahrhundert, Landwirtschaft in heute. In heute. In heute. Hier, guck mal. Ich sag dir mal Unterschiede. Hier, da hatten sie drei, vier Felder. Da, da und da. Ja. Sie hatten Strohhäuser, also mit Dächern aus Stroh waren sie halt. Ja. Das war in der Jungsteinzeit und sie hatten auch Sichel, aber sowas wie so ein Bumerang waren die aus. Nein, das war Sichel. Ja. Achso. Ja, ja. Und, ähm. Haben sie schon Ackerbau gemacht zu der Zeit? Ja, das ist die Jungsteinzeit. Das ist die Jungsteinzeit. Das ist die Jungsteinzeit, aber, ne? Ja, die haben. Dann haben sie angefangen mit Ackerbau, ne? Mhm. Und Tiere zu züchten. Tierhaltung. Genau, Tierhaltung. Ja, im Mittelalter haben sie Tiere dahinten. Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Na ja, da muss noch ganz viele. Guck mal, das sieht der hoch. Da müssen noch ganz viele mithelfen. Da schon ein paar weniger. Ja. Ja. Und hier ist das schon noch weniger. So Männer. Und da zu zweit. Ja, hier. Heutzutage. Das ist natürlich die Optimierung des Agrar. Da ist schon eine Burg. Da ist schon eine Burg. Hier ist die Burg zerstört worden. Ja, und aus dem schönen beweiligten Stück hier wurde eine ganz kahle Agrarfläche. Und da hinten ist schon eine Fabrik. Und da hinten ist schon eine Fabrik. Ich dachte, soll ich da mal ein Buch umlaufen? Dann werden wir alles durch. So. Und dann lass ich das nämlich gleich rum. Ich würde etwas dauern, dass ich noch was einpacken muss. Gut. So. Ich würde mal sagen, das war jetzt echt drei Stunden hier unterwegs. Das ist ja Wahnsinn. Wenn es insgesamt fast dreieinhalb Stunden. Okay. Das war mit dem Rad. Wir können jetzt erstmal nicht machen. Der Schalter ist defekt. Der würde ich noch tauschen. Aber da muss der Kunde erstmal Rücksprache mit mir halten. Der Schalter ist kaputt. Da funktioniert nichts mehr. Man kann ihn zwar so irgendwie schalten, aber da passiert nichts mehr. Schalter und Zug müssen dementsprechend getauscht werden. Das würde ich machen. Dann läuft der Draht einmal frei. Dann ist es tippitoppi. So haben wir jetzt Licht und alles gemacht. Licht. Bremsen sind eingestellt. Zentriert ist es. Griffe sollten noch ran. Finde ich noch wichtig. Eigentlich. Weil. Der alte ist ja nun mal nix hier. Der Ener, der halbe Griff, der da dran war. Der fällt ja viel ab. Aus Sympathie schon. Oder wie man so schön sagt, aus Respekt. Und damit verabschiede ich mich ja mit diesem Scheck. Von euch. Und mit dieser kleinen Unterrichtsstunde. Anouk hunig nahegeben hab. In, 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 in äh, in, äh, Uhrgeschichte. 怕 das sie zu sagen mit ihr abgehalten hat. Vielmehr haben wir uns gegenseitig beigebracht. Sie hat mir wieder ein bisschen Unterrichtsstoff nahegebracht. Und ich hab ihr versucht, ich hab ihr geholfen, dadurch, dass sie den Unterrichtsstoff verinnerlicht. Und so. Ja. Hoffentlich kann sie sich das alles merken und dann eben abrufen, wenn es dann soweit ist und gefragt ist in der Schule. Das wäre doch schön. Allerdings vermisse ich bei den Schulbüchern heutzutage so Sachen wie, dass am Ende vom Thema so Fragen zum Thema kommen. Vielleicht müssen sie echt so einen Bogen haben. Oder müsste es so einen Fragebogen geben zur Steinzeit, zu der Thematik. Schlicht und ergreifend das, was tatsächlich dann auch in Tests rankommen könnte. Es können ja ruhig 100 Fragen sein, 100 Fragen zur Steinzeit. Je nachdem, 100 Fragen zum Barock, 100 Fragen zum Rokoko, 100 Fragen zum, ja, was weiß ich, zur Industrialisierung und so weiter. Könnte alles sein. Und das wäre doch mal eine Maßnahme. So ein Buch wäre mal was schönes, wenn dann so was am Ende eines Lehrbuchs, eines Kapitels, eines Zeitabschnitts immer am Ende noch mal so was alles abgefragt wird. Und so, damit man ein bisschen üben kann. Nochmal. Ja, das wäre toll. Gut. Ich esse doch Suppe. Hä? Du isst noch Suppe. Ja, wie gesagt, die Suppe wurde schon nicht schlachtet hier. Die ist fertig. Also da ist jetzt auch noch rechtlich da. Ja, aber die sieht auch wirklich lecker aus. Tom, der Koffer hat morgen seinen ersten Schuleinsatz. Der muss da richtig angehen. Tada. Okay, ich muss noch mal runter. Ich habe noch unten was fest im Keller. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommi.